hallo und herzlich willkommen bei whisky.de im treffpunkt feiner geister und heute habe ich manchmal wieder eine etwas unbekanntere abfüllung aus dem whisky.de shop mitgebracht ein glenn lossy zehn jahre zu 52 90 derzeit und glenn lossy ist eine brennerei die jetzt nicht bekannt ist für ihre große range ja sie ist von diageo und hat im grunde als original abfüllung nur diese flora und fauna serie wobei es auch ein paar einzel abfüllungen gab wenige ausgesuchte fässer nicht gut vorhanden also es gibt glenn lossy da draußen aber es ist immer schon sagen eine der versteckteren brennereien glenn lossy ist die brennerei ist ein bisschen so ein brennerei komplex es gibt zwei brennhäuser die sich im grunde eine brennerei so teilen man hat die menach moore und die glenn lossy brennerei glenn lossy wird im winter benutzt und menach moore wird im sommer benutzt und sie ist in der space site und sie ist ein paar meilen südlich von elgin elgin ist so eine größere stadt nahe der küste in der space site im mori scheier also man fährt so hoch bisschen westlich und nordwesten der space hat dann ein bisschen landinwärts und da ist man dann bei glenn lossy ihr stil ist eher leicht und frisch und weich also sagen sie wenn wir uns jetzt mal gleich mal ein bisschen angucken da es nur eine brennerei gibt oder eine abfüllung gibt ist jetzt hier kann man jetzt nicht den stil über mehrere abfüllungen hinweg sich anschauen sondern nur durch diese eine brenn abfüllung muss man ein bisschen auf ihren stil gucken und ich kann euch die flasche noch mal zeigen eine standard lecker bottle schöne geschichte schönes etikett vorne drauf mit so was ist denn das irgend so einem kleinen raubvogel und kaut so was ist das schöne geschichte also schöne flasche von einer würde ich mal sagen eher unbekannteren brennerei die kenner unter euch kennen natürlich die glenn lossy brennerei aber unter den mehr mainstream whisky genießern ist die brennerei doch nicht so bekannt und wenn man so rein riecht dann merkt man schon so frisch citrus so ein bisschen so ein gräser touch mit dabei relativ leicht bisschen süßlich beim ersten mal dran riechen ist er sogar weniger süßlich jetzt so wo ich mich ein bisschen langsam daran gewöhnt habe merkt man auch kommt die süße so durch merkt man okay ja da kommt so ein leichter bourbon fast touch durch aber er fühlt sich mehr nach second fill an als als nach first fill also die ganze vanille karamell ist hier eher eine nuance als eine haupt komponente schöne geschichte also von mir aus ist jetzt reine vermutung von mir ist das ein second film fass oder fügel oder eine mischung aus first second wobei der second film touch oder der second film anteil sicher überwiegen wird also wenn first will dabei ist nicht viel aber echt ein schönes teil war einfach so schön zart blumig grasig citrus fruchtig ja so ein bisschen schon wirklich in die zitronen richtung geht das einzige was so ein bisschen jetzt hier aus der reihe tanzt ist so die die zitrone weil sie schon so ein bisschen sauer wirkt das so ganz leicht nach weißwein riecht im mund auch ziemlich weich auch sehr frisch grasig bisschen blumig dieser diesmal nicht so sehr leicht süßlich und ein bisschen trocken aber ja ist ein echt echt schöner angenehm süffiger whisky also keine ecken und kanten nur so ein bisschen dieses dieses situs artige schiebt sich so ein bisschen in den vordergrund also frisches teil richtig so ein schöner sommer whisky wer diese ganzen schweren sherry und großen eichenlagerung extrem fast lastigen whisky mal hinter sich lassen will und einen leichten grasigen leicht süßlichen whisky mark so richtig schönen sommer whisky für den ist der glenlossi genau der richtige und natürlich man kauft sich auch ein bisschen so die exklusivität ist jetzt kein hidden jam wo man sagt die ist komplett versteckt man kennt sie gar nicht aber sie ist doch nicht so präsent wie sagen wir mal die mainstream marken also ab vom mainstream ist das eine schöne leichte grasige alternative das war's wem es gefallen hat schaut einfach mal whisky punkte im shop vorbei lest euch einfach mal durch vielleicht ist der whisky jahr was für euch ansonsten vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal